ja moin moin freunde der gepflegten monster schlachtung und schnetzlung hier ist wieder spielverliebt auf spielverliebt tv ich glaube ich habe jetzt das neue monster demonio gleich vor der vor dem hammer und zwar müsst ihr folgendes machen ihr müsst ihn erst sichten das ist erst mehr im korallen hochland über den weg gelaufen danach dort verlässt er den ort danach geht ihr zurück beziehungsweise ihr verfolgt ein bisschen das habe ich gemacht seine spuren aufgenommen dann geht ihr zurück und entdeckt in astera ein ein vivarianer gleich am anfang unten mit einem grünen grünen ausrufezeichen mit dem quatscht ihr und dann geht glaube ich noch mal zum captain so war das und dann geht ihr danach noch mal hin habt ihr eine besondere aufgabe und jetzt scheint er hier wirklich gleich vor mein hammer zu laufen der herr der nahrungskette das ist der demonio wie ihr seht ich starte die mal wird der weltenfresser da kommen ja ja da kommen ja ideen an aloin den weltenfresser wieder hoch aus skyrim ob das zufall ist wie auch immer die salatgurke wird gleich vor meinem hammer landen ich mache gerade eine aufnahme an ja etwas wolltest du denn jetzt habe ich gerade geguckt wie lange ich zeit habe also wie der mensch mache ich nicht mit mama das kann dauern das kann die enge kiste werden ich weiß auch nicht was da einsteigen kann 50 minuten okay alles klar dann schauen wir mal gegessen hatte ich glaube ich schon ja alles klar ausrüstung ich lasse das erst mal den ganzen schnickschnack mit dem mond pulver und so schockfrei nehme ich vielleicht mal mit wenn er da überhaupt aus dem platz machen die erstmal und ich kann nichts schaden ja genau da noch mal ein paar von mit ich gehe jetzt mal so los beziehungsweise den ältesten trank falls ich sterben sollte wo ich dir nicht gleich wieder rauszukramen oder uralter trank noch besser ist da glaube ich ne uralter noch nur ein mitnehmen okay ja noch was okay ist ganz vernünftig angeordnet jetzt alles klar und jetzt sind gleich fragezeichen fußspuren das scheint auf ihn hin zu deuten mein plan fast alles es und trinkbare in der neuen welt zu katalogisieren ist fast abgeschlossen ich wünschte ihr werkt hier um es zu erleben die ist mir so richtig ans herz gewachsen so eine schöne kindliche naivität noch mit expertin so ich bin auch noch mal mit hallo danke oh wow was für ein pilz die jagd nach essbarem beruhigt immer mein herz ich hab da schon eine spur oder nicht jetzt oder wohl fast schon ein wissen in ehren kann niemand verwehren dann mach ich den auch mal mit er soll kommen und gehen wie er will und wann er will der gute dämonio wollen wir mal gucken schön ziemlich ansehnlich das ist er nicht oder doch oh alles klar das ist er zwar nicht aber er scheint jetzt gleich zu erscheinen da ist also die sagen umwobene salatgurke ja ich hab mein hot dog brütchen aufgebacken die salatgurke kommt da gleich rein würstchen habe ich sowieso immer am mann äh ja okay äh ja okay boah blöde okay was hast du denn drauf mein freund lass du mal meine freundin runter ja bitte schwere okay 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 der freund ist danach nicht das wird jetzt kurz zu schnell das ist vielleicht gar nicht so schlecht da kann ich nicht brachian ok du Gliedpänsel hallo, können wir mal hochkommen was hast du vor? ich baue nachher noch die traube muss schon nicht sein schwachpunkt so sein aber egal erstmal antesten den vogel na, kaut er schon ab oder was? geht auch nicht so ok jetzt meditiert er? ok ok da habe ich gleich meine traube auch dahinter da traube mann meine güte party kohle ja 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 Wild bist du ja Ungeld gesessen Es steht im Hammer, unter seinen Poch zu kommen Die Range ist wirklich Sehr, sehr begrenzt Uiuiui Okay Oh gut, dass du glühst, Gurke Hört auch zum Hotdog Rote Soße braucht man Das ist immer dasselbe Der Schatz, die Range ist im Schwanz Ich würde gerne mal meine Waffe schleifen irgendwann Aber Okay Auf geht's Danke Ich saß wirklich in der Patsche Du hast verhindert, dass ich noch Kiefer in der Patsche sitze Ne, okay Oh 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 Hahaha Okay, da ist der Schwachpunkt Ach man Ne, jetzt auch doch die Beine, okay Hui, herziger Borsche Weißt du, was verloren? Ne, was ist das denn? Ne Weißt du, was ist das denn? Okay, jetzt war ich ne gute Chance um ranzukommen Ja, ist gut Das war so klar wie close bull Okay, da ist das denn? 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 Glückspilz Glückspilz Dusselige Partykoder Unfassbar, brauche ich gar nicht die Traube Jetzt wollte ich hier eine Du Albert Einstein Nein Ne, dachte wir sind die Zeitfenster wirklich zu knapp Was? Hui Oh, kann man nicht langsam mal zu den Lehmkröten hier? Gut Geht dann mal weg Geht dann Geht dann Ja, komm Geht dann Okay Geht dann Geht dann Schöne Range haben die Finger Ja. Komm litt gut. Fyf… Ei! Ok. da scheint noch keine Anzeichen von Ermüdung oh sehr nice zu haben ah schade glückspäts der Uppercut hat gesessen ja rote Kopf ist nicht gut für den Blutdruck das war nicht unter Verinnerung so so Da muss man einen drin sein, wenn wir den machen. Boah! Boah! Wo war die nochmal? Boah! Okay. Vergessen. Jetzt puste. Nein! Okay. Mal so ähnlich muss das funktionieren. Das war die Stampfkartoffeln. Ah, komm schon her. Kannst du nicht. Okay. Das war nice. Was? Ah, schau. Vor den Mountain. Oh! Ich dachte, wir mich umfusten. Look up! Letzte Quelle, sie versiegt. Und die Letzten. Na, komm schon. Du hast dich da. Ich peach, schau. Oh, sorry. Nein! Ich dachte, der vergrümmelt sich schon wieder. Komm mir die... Okay, man, das auch wieder. Und dann geht's. Äh, okay. Okay, wer ist denn da? Er rumpelt schon? Okay. Ja, so ein leichtes Rumpeln ist das. Ach, scheiße. Hey, der Schwanz bewegt? Okay. Oh ja, stimmt. Er zieht die hinter sich her. Okay, die Area muss ich mal ganz kurz erkunden. Okay, gar nicht so schnell. Okay, verstehe. One, two, three, four. Oh ja, ich weiß. Oh ja, ich weiß. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Na, Ratalos, das ist mal eine Beute für dich. Okay. Okay, für die Kamera mal weiter. Okay. Aber viele Phasen noch. Anjanath ist ja gleich dann nach oben gegangen, zu seinem Nest. Er macht es ein bisschen schwerer, mit dem man häufiger noch mal Gegenwert zeigt. Wie lange habe ich noch Zeit? Boah, das müsste reichen. Äh, ist es hier richtig? Jetzt habe ich gar nicht mal die Spur verfolgt. 14 unter mir. Bin falsch gelaufen. Haben doch die Spuren angezeigt. Okay. Bist du jetzt? Äh, irgendwas habe ich verpasst. Hier rein? Nee. Runter? Ja, ist das da, ne? Ja, aber... Wenn ich durcheinander komme... Wo ist mein Ziel? Dämonio. Da. Rechts von mir. Ja, okay, doch da lang. Ah, da versteckt sich. So, mein Freund, hier wird nicht geschlafen. Wir haben dafür keine Zeit. Schockfreude kann man ja mal ausprobieren. Ah, ich habe nichts mehr zum Auslösen. Okay, machen wir es so. Komm her. Hier ist es rutschen. Nice. Ich bin natürlich echt eng hier. Komm, Todeskommo durchbringt. Hoffentlich dein Sprachpunkt ist. Ah, ein Glückspilz, du. Nun müssen wir hier kämpfen. Ist auch für dich, Enger. Na, ich komme mir gar nicht mehr weg. Ist auch keine so gute Idee. Ein mit der Traube. Hui. Gehe ich doch mal ein Stück hoch. Wo bin ich hier überhaupt genau, ey? Ich weiß nicht, ob ich hier schon mal war. Gehe ich doch mal ein Stück hoch. Wie geht's denn bei dir vor? Ich weiß nicht, was ich Leute vor Okay. Scheiße. Ach Guardate. Ja, ich weiß bitte. Ich weiß, dass ich hier schiffe. puedo meinen anderen緣ier. Gehem dir. Meine Güte, ist gar kein Zeitschänster mehr. Jetzt prüfen. Ja, so ist gut. Jesus Maria! Der Abschuss war dann doch noch mal ein bisschen knifflig. Durch diese enge Gasse sollt ihr gehen, dem Tode widerstehen, nach seinem Leben trachten. Ich werde heute bestens nachten. Ja, in diesem Sinne, Bye-bye und auf Wiedersehen. Ihr habt gesehen, das ist ja Moveset Recycling mal wieder. Achso, vergesst, den auszunehmen. Die Teile interessieren mich immer nicht so. Ich hole mal kurz die Sachen von ihm. Gut, aber ich will nicht, ich will jetzt nicht zu sehr meckern. Ich meine, das ist gratis. Dafür ist er wirklich imposant. Und über einige Moves, die man schon kennt, kann man hinwegsehen. Das war's, mein Freund. Demonio. Ich habe es aber befürchtet, dass das auch nicht so der Knaller-Boss werden wird. Na klar, nachher gehärtet und so weiter in anderen Stufungen. Aber das scheint wohl dem Monster-Hand-Prinzip so zugrunde zu liegen. Man knallt dann ja nicht ein von Latz über Media, wo du wirklich tüfteln musst. Das ist hier wohl anders. Immer, immer schon so. Es gibt die, und dann werden sie nachher halt in stärkeren Form wieder erscheinen. Joa, das wollte ich natürlich erstmal, ob ich es brauchen werde. Keine Ahnung. Viel wichtiger für mich ist jetzt ein... Juwel, dachte ich, noch zu bekommen. Eventuell. Ja, dann wahrscheinlich bei einer anderen Variante. Ja, das war das neue Monster, auf das wir jetzt... 26.01. ist das Spiel erschienen. Ja, beinahe zwei Monate gewartet haben. Ich hoffe, da kommt ein bisschen mehr jetzt Nachschub auch. Ist aber super gemacht, keine Frage. Es gibt auch so noch ein paar Sachen jetzt zu tun bei Monster Hunter. Das ist halt ein Spiel, da werde ich halt beim nächsten, wenn dann mal wieder was kommt, werde ich dann mal wieder auf was reinstellen. Aber ich glaube, das war jetzt das Highlight-Monster. Das Surplus, das Besondere des DLCs jetzt. Vielleicht stelle ich noch ein paar andere Sachen rein. Ich habe jetzt noch nicht genau gesehen, was es da jetzt noch zu tun gibt. Ja, so weit, so gut. Anmeldebonus gibt es auch noch. In diesem Sinne, Bye-bye und auf Wiedersehen. Ja, jetzt kann ich die Gurke endlich ins Hotdog schieben. Mein Würstchen dazulegen. Rote Soße. Gut, bisschen Monsterblut noch rüber. Was machen wir? Remoulade. Ja, okay. Schauen wir mal, was wir da noch haben. Bevor es jetzt in Perversitäten abdriftet. Bye-bye und auf Wiedersehen. Bye-bye. 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 Bye-bye.